Hallo guten Tag, heute zeige ich Ihnen im Weekend durch diese Verbindung gleichzeitig zwei Motoren an Steuerung und Sie können schauen, diese beiden Motoren sind verschieden und diese beiden Amplifons sind 30A von Amplifons und im Voraus habe ich die Kabel angeschlossen, diese Kabel angeschlossen ist auch ganz einfach, Power Adapters und für den Motor hier und jetzt zeige ich Ihnen, wir können schauen, beide Motoren laufen gleichzeitig, wenn ich diese teste, beide Motoren stoppt und wenn ich diese teste und wir in andere Richtung laufen, wir können schauen, diese Geschwindigkeit für diese Motoren ist circa 3,5 kmh, 170rpm und dieser ist sogar 160, wir können schauen, beide, ganz einfach, Schäden, stoppt. Danke für Ihre Schauen, wenn Sie irgendwelche Probleme können Sie per E-Mail und sagen Sie, Wenn wir Ihnen für die Infos auf unsere Website sehen Sie, ciao!